Du hast recht, wenn das so ist. Aber wir können von mir aus schon anfangen, let's go. Help den Akagismus-Killer! Du musst den Ninja-Clan retten! Was für eine Synchro, ey. Du musst sie zurück holen! emmest du? Ja, Leute! Du musst dass sie vier�igungen hören können! Also können wir alle schließen! Das sind glaube ich die Level, oder? Ich bleibe schon in der Level-Auswahl. Okay, wir gehen weiter jetzt. Let's go! Okay, wir gehen weiter. So, Holz kann ich... Ah, eine Messermodifikation. Da kann man immer ein Replay angucken. Und da unten ist irgendwas. Irgendwas eingesammelt. Ich habe aber keine Ahnung, was das war. Kartusch! Easy. Spin to win. Oh, fuck! Hat er mich erwischt. Ist wie Mario Maker. Okay, nun einfach. Okay, die eine Säge geht bis da nach oben. Wow. Alter, Alter. Mix it up. Hä? 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 wie sagt mir ist er nach rechts gehen der ultimative super ninja danke das ist wie mario maker da unten ist aber eine diskette oder sowas nein viel spaß beim duschen ah nein meine güte nein 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 das ist die Easy man, der ultimative Super Ninja, da ist immer die ganzen Tote von mir, Rock King. Oh, 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 oh. Bam, ich bin einfach der Boss. Oh mein Gott. What? das ist krass aber sowas gefällt mir ohne Dreh dich halt um. Das war schlecht. Hush. Hopp. Ja, springe nicht so weit. Puh. Fuck. Fuck. Ah. Aaaaaaah! Easy! jetzt kann man gucken wie dumm ich immer sterbe und dann gehen sie gleich alle baden ok oh mein gott was war das denn lol ich weiß hab ich ein problem müssen typen töten dieser blöde Leute, da bekam Nein Irgendwie könnte ich es doch ab Nein, er macht keinen Doppelsprung Fuck Na, spring doch Fuck 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 Jetzt aber Crank it up Was passiert jetzt? Was? Fuck 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 Oh, die Diskette habe ich nicht gefunden. Die war bestimmt da oben irgendwo. Oh, jetzt wird es ja richtig ekelhaft. Was? um checker was das um ok Aaaaaaah